Hallo und herzlich willkommen am Schreibtisch. Im Hintergrund, also auf dem Bild, seht ihr gerade hier die entsprechenden Waldbrände in Kalifornien. Das ist eines der wenigen Bilder, die ich bekommen habe, die ich auch nutzen darf, eben wegen Lizenzrecht. Und aufgrund dessen, dass es doch insgesamt ein paar viele Grafiken und Bilder gegeben hat, die interessant sind, um sie hier einzublenden, habe ich beschlossen, machen wir heute mal so, dass wir zum Thema Waldbrände in Kalifornien mal gar nicht mich im Bild haben, sondern wirklich irgendwelche treffenden Bilder und Abbildungen. Also ich hocke vor dem Computer und quatsche ins Mikro und das machen wir heute einfach mal so, das ist mal ein bisschen alternativ. Gut, die Waldbrände in Kalifornien sind 2020 die bisher größten, die man in irgendeiner Form nachweisen kann. Es wird sehr, sehr schwierig ohnehin, die über sehr lange Zeiträume hinweg nachzuweisen, aber bisher hieß es, die Waldbrände von 2018 wären die größten in der Geschichte gewesen, so und die Waldbrände von 2020 übertreffen diese bei weitem. Außerdem hat es im August schon massiv gebrannt, im September wird es weiter brennen, jetzt brennt es aktuell auch noch und üblicherweise ist eigentlich eher September und Oktober die Waldbrände-Saison und im August geht es normalerweise noch gar nicht los. Jetzt haben wir aber schon Mitte September einen Umfang an abgebrannter Fläche, der eben bei weitem größer ist als das, was in normalen, in Anführungszeichen, Jahren ohnehin überhaupt insgesamt an Waldbrandfläche zusammenkommt. Also es ist durchaus eine gravierende Situation und die Lage ist absolut auch ernst. Die Menge an Wald, die da gerade verbrennt, das können wir uns fast nicht vorstellen, wie viel das eigentlich ist. So viel Wald haben wir in Deutschland bei weitem nicht, wie, ja, also haben wir insgesamt schon. Ja, aber für unsere Verhältnisse, für unser kleines Land sind das wirklich gigantische Waldflächen. Das wollte ich noch mal kurz hervorheben und damit fangen wir jetzt auch mal ein bisschen systematisch an und wollen der Frage nachgehen, warum brennt es da, warum wird es da immer wieder brennen, was hat das für Gründe und wagen eine kleine Prognose in die Zukunft, ob irgendwie absehbar ist, dass das demnächst noch mal besser werden könnte. So, und ich versuche da jetzt mal so ein kleines bisschen einen roten Faden reinzukriegen und das Ganze in Kapitel zu unterteilen, wenn ich schon hier schön am Computer hocke und mir gemütlich überlegen kann, was ich erzähle. Und zwar zunächst mal zu den Hintergründen, warum es denn da in letzter Zeit dauernd brennt, also die letzten Jahre. Und dazu muss man wissen, dass Kalifornien von einer ganzen Dürreperiode geplagt geworden ist, die 2013, so ungefähr 2013 begonnen hat und sich dann bis 2017 hingezogen hat, bis sie kurzfristig, sehr kurzfristig, für beendet erklärt worden ist, nämlich bis 2018, also quasi gar nicht, weil der kurze Moment, der kurze Winter mit den sehr starken Niederschlägen 2018, also 17 auf 18, die großen Feuer von 2018 überhaupt ausgelöst hat. Also streng genommen dauert die kalifornische Dürreperiode weiterhin an. Da war noch keine wirkliche Erleichterung feststellbar. Aber hochoffiziell, 13 bis 17, so ist sie politisch quasi bezeichnet worden. So, und was wir hier jetzt sehen, ist der US Drought Monitor. Das ist das US-amerikanische Gegenstück zu unserem deutschen Dürremonitor vom Helmholtz-Zentrum. Der vom Helmholtz-Zentrum, den habe ich schon mehrfach in diversen Videos erwähnt, basiert auf dem US-amerikanischen Modell. Und es ist also kein Zufall, dass die Farben vom US-amerikanischen Dürremonitor exakt identisch sind und übrigens auch die Definitionen für die jeweiligen Farben mit dem deutschen Dürremonitor. Das ist kein Zufall. Nichtsdestotrotz ist der deutsche Dürremonitor trotzdem toll, weil den hat man hier erstmal etablieren müssen. Und die Daten dazu muss man erstmal zusammenkratzen. Die ganze EDV, dass der sich selbstständig organisiert und aktualisiert, das muss man auch alles erstmal haben. Also da gibt es keinen Grund zu nörgeln. Jedenfalls, was wir hier sehen, was wir gleich noch für andere Zeitpunkte sehen werden, ist die Intensität der Dürre am 22. April 2014 für den US-Staat Kalifornien. Und je dunkler das Rot, desto intensiver die Dürre. Und zwar funktioniert das folgendermaßen, je seltener das Dürreereignis ist, also je unwahrscheinlicher und je herausragender in der Geschichte der Wetterbeobachtung, desto intensiver eben entsprechend das Rot. Und wir haben hier eben angefangen von dem gelben, dann diesem, was auch immer das sein mag, bis zum orange am ehesten, dann das rotige Rot und das dunkle Rot, bis hin eben zur außergewöhnlichen Trockenheit, beziehungsweise außergewöhnlichen Dürre, wie wir es in Deutschland da entsprechend übersetzen würden. Und sehen hier auf jeden Fall, dass die Lage in Kalifornien am 22. April 2014 ziemlich ernst gewesen ist. Es herrschte also in nahezu zwei Dritteln des Landes mindestens eben eine extreme Dürre und auf dem Rest der Landesfläche auch zumindest ziemliche Trockenheit. Und das Bild, was wir hier sehen, zieht sich jetzt quasi durch bis 2017 mit kleinen Unterschieden, die wir uns jetzt auch noch mal kurz angucken werden. So, denn das ist ein anderes Bild, wichtig, gleiche Karte, anderes Datum, Oktober 21. 2014. Da sieht alles noch viel schlimmer aus. Insbesondere die Gebiete mit der wirklich extremen Dürre haben massiv zugenommen. So, und das ist jetzt kein Zufall, sondern eine Regelmäßigkeit. Denn was wir über Kalifornien wissen müssen, um das Ganze zu verstehen, ist, die Feuchtigkeit, die in Kalifornien verfügbar ist im Jahresverlauf, funktioniert so, dass es im Winter relativ viel Niederschlag gibt, davon auch vieles als Schnee, weil Kalifornien durchaus auch die Rocky Mountains entsprechend enthält. Und die sind nun mal hoch und da schneit es dann eher als zu regnen. Zumindest klassischerweise tut es das so. Ja, heutzutage nicht unbedingt, um das mal gleich vorwegzunehmen. Und im Winter sind die meisten Niederschläge. Es ist also ein ausgesprochenes Land der niederschlagsreichen Winter und der dürren Sommer. Das ist schon immer so gewesen, zumindest soweit wir es zurückrekonstruieren können und innerhalb der Zeiträume, in denen es uns Menschen gibt. Ja, also normal. Allerdings, vorher haben wir eben den April gesehen. Das ist das Bild, das wir haben, wenn gerade die bestmöglichste Wasserversorgung im normalen Jahr in Kalifornien herrscht. Denn im April sind noch die Winterniederschläge greifbar. Die sind noch im Boden gespeichert. Das Grundwasser ist noch voll. Die Flüsse führen noch richtig Wasser. Und in den Bergen liegt noch Schnee, der jetzt langsam anfängt zu schmelzen. Und dementsprechend überall im Land. Man sieht da diverse Linien eingezeichnet, die, glaube ich zumindest, zum Teil mit Flussläufen parallel sind. Es sind wahrscheinlich eher irgendwelche Grenzlinien, ich weiß es nicht genau. Aber trotzdem, jede Menge Flüsse, die von den Rocky Mountains runter ins Meer fließen und die haben jetzt üblicherweise im April eben viel Wasser. So, genau das andere Bild, und damit sind wir bei der aktuellen Abbildung vom Oktober, zeichnet sich im Herbst, vorzugsweise Oktober ist der schlimmste Monat, ab. Denn da ist sämtliches Wasser, was aus dem Winter noch gefallen ist, inzwischen in den sehr dürren und heißen Sommermonaten verbraucht. Es liegt kaum noch Schnee, wenn es jetzt nicht gerade irgendwelche Gletscher sind, in den Rocky Mountains. Die Flüsse sind zum großen Teil durchaus versiegt, insbesondere in der Situation, die wir jetzt hier gerade dargestellt haben. Und Wasser wird massive Mangelmare. Und dazu kommt jetzt eben auch noch trockene Winde, zu denen kommen wir noch später explizit, die jetzt da durchfegen, durch die Wälder Kaliforniens. Und jetzt reicht wirklich ein kleiner Funke, damit, ja, nahezu ganz Kalifornien, zumindest theoretisch, und momentan sieht es so aus, als wäre das nicht nur reine Theorie, damit Kalifornien in Flammen aufgeht. Ja, denn es sind einfach miese Bedingungen und Waldbrände sind in Kalifornien dementsprechend, weil das hier auch der natürliche, jetzt stark verstärkt, ja, es ist eine extreme Dürre hier gerade, aber es ist doch der natürliche Jahresgang und dass in Kalifornien die Wälder brennen, ist bis zu einem gewissen Grad, wichtig, wichtig, bis zu einem gewissen Grad, absolut normal und eben diesem typischen Ökosystem für Kalifornien geschuldet. Ja, und der Vollständigkeit halber jetzt nochmal der Juli 2016, ja, da sieht die Situation schon deutlich besser aus und deswegen hat man ab 2016 und 2017 dann eben auch gesagt, jetzt ist die Dürre mal wieder vorbei, hat auch die Einschränkungen, die bis dahin für die Landwirtschaft gegolten haben, was den Wasserverbrauch angeht, wieder ein wenig gelockert, damit dann die Dürre eben 18 wiedergekommen ist, wie wir inzwischen wissen, was man aber damals natürlich nicht wusste. Äh, wie selten sind denn nun Dürreereignisse in Kalifornien dieses Ausmaßes? Sie sind sehr, sehr selten, nämlich genau genommen unter 1% der Jahre, die man überhaupt beobachten kann, bei denen man eben diese Werte wiedergeben kann und grobe Rückschlüsse darauf ziehen, wie die Wachstumsverhältnisse für zum Beispiel Wälder in den letzten paar tausend Jahren gewesen sind. Das weiß man sogar sehr gut, weil man kann die Mammutbäume anbohren, was man zum Teil durchaus tut, da gibt es ja teilweise welche, die Tunnel durch haben und man mit dem Auto durchfahren kann. Diese Dinger sind gigantisch und die jahrigen Entwicklungen der Mammutbäume über 2.000 Jahre, jetzt sind die ja alle locker, die großen, ähm, entmöglicht ein wunderbares Archiv für die Wachstumsbedingungen für Bäume bis eben vor 2.000 Jahren. So, und jetzt kann man mal vermuten, gab es schon mal so ein Dürreereignis und die Antwort ist, jo, einmal so gegen 1.000 und dann war nochmal um 1.300, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, auch nochmal ein relativ extremes, aber erst die Zukunft wird zeigen, wie sehr sich dieses Dürreereignis und diese ganze Periode von insgesamt sieben dürren Jahren bisher, auf die Holzentwicklung bei zum Beispiel eben den Mammutbäumen auswirken wird. Das können wir jetzt noch nicht sagen, dafür müssen wir erst noch ein paar Jahre ins Land streichen gehen, damit man das wirklich entsprechend analysieren kann, rein wenn man das mit der Dendroanalyse entsprechend machen möchte. Ja, aber das wollte ich nur am Rande nochmal erwähnt haben. Jedenfalls der Hintergrund zu den jetzigen Waldbränden ist, nehmt das bitte so mit, dass wir schon sieben Jahre extreme Trockenheit in Kalifornien entsprechend haben. So, und jetzt haben wir ja gesagt, Schnee und Rocky Mountain spielen eine große Rolle für den Wasserhaushalt von Gesamt-Kalifornien und dazu gibt es auch eine Grafik, über die wir ganz lange nachdenken können und zu der ich ganz viel erzählen kann. Sie kommt gleich, da ist sie auch schon. Und was wir hier sehen, sind fünf Jahre Unterschied und zwar jeweils ein Satellitenbild der NASA, was die einmal am 27. March 2010 aufgenommen haben und dann nochmal zwei Tage später, aber fünf Jahre, also fünf Jahre und zwei Tage später ebenfalls nochmal aufgenommen haben und wir stellen fest, auch wenn das jetzt natürlich nur zwei Momentaufnahmen sind, dass sich die Schneesituation im Jahr 2015, das übrigens auch ein sehr trockenes und heißes gewesen ist, ganz anders darstellt, als eben 2010, das zu den eher, sage ich jetzt mal, durchschnittlichen bis eher kühleren Jahren so im Durchschnitt eben entsprechend zählt. So, und 2010 ist eben die Schneesituation in den gesamten Bergen ganz hervorragend und jetzt kann man davon ausgehen, dass so spätestens ab April die Schneeschmelze einsetzt und eben sämtliche Flüsse, die alle, also nahezu alle, runter Richtung Pazifik entwässern und dementsprechend einmal komplett durch Kalifornien durchfließen, was auch mit der Grund ist, weshalb Kalifornien eins der reichste US-Bundesstaat ist, weil eben landwirtschaftlich unglaublich viel möglich ist, weil man sich auf diese Bewässerung durch die zahlreichen Flüsse, die da entsprechend runterkommen, einfach bisher immer verlassen konnte und damit bei sehr heißen Sommern, unwetterfreien Sommern, trockenen Sommern mit besten Wachsbedingungen, solange dann genügend Wasser für den Boden vorhanden ist, einfach extrem hohe Getreideernte und was auch immer für ein Zeug man da anpflanzen möchte, Erträge eben erzielt werden konnten. Und das basiert zu, der Gesamtniederschlag, sage ich jetzt mal im Sommerhalbjahr, basiert zu etwa einem Drittel eben aus der Schneeschmelze und dem, was mit dem Schnee oben im Gebirge gespeichert ist und dann im Laufe des Jahres runtergelassen wird, bis zu einem Drittel. Wenn es also gar nicht regnet, dann hat man immer noch dieses Reservedrittel von Wasser, das zur Verfügung steht und sowohl bei den Bäumen, den Wäldern, als auch eben bei der Landwirtschaft bisher ausgereicht hat, um quasi das Allermeiste regeln zu können, was halt da eben so zu regeln ist. Man musste dann vielleicht ein bisschen sparen, es gab ein bisschen weniger Ertrag mit der Landwirtschaft, aber es gab auch keine größeren Probleme. So, und jetzt haben wir die Situation eben 2015 und wissen, dass das ein sehr trockenes Jahr gewesen ist und wissen, dass ein Drittel der normalerweise vorhandenen Niederschläge aus dem Schnee kommen soll und bei dem bisschen Schnee, was wir da jetzt sehen können, stimmt da doch irgendwas nicht. Und Tatsache ist nun mal, dass inzwischen und auch schon 2015 ging das los, entsprechende Gesetze erlassen worden sind vom Gewerneur von Kalifornien, dass eben die Landwirte nicht mehr beliebig viel Wasser aus dem Fluss nehmen können, weil es sonst passiert, dass die Flüsse hinten und vorne gar nicht mehr am Meer ankommen, weil sie vorher einfach durch die landwirtschaftliche Nutzung schon komplett aufgebraucht worden sind. Also jeder macht seinen Schlauch rein und irgendwann ist der Fluss alle und kommt nicht mal da an, wo er eigentlich hingehört. So, in Form vom Schnee werden ja die Winterniederschläge gespeichert und das Problem ist jetzt folgendes. Nicht die Winterniederschläge haben irgendwie abgenommen, im Gegenteil, die nehmen tendenziell eher zu. Wir bekommen eine tendenzielle Veränderung des Wetters, der Witterung genau genommen, also des Jahresgangs des Wetters in Kalifornien dahingehend, dass die Winter nicht etwa niederschlägsärmer werden, sondern sie werden niederschlägsreicher. Dafür fällt der Niederschlag aber fast nur noch im Winterhalbjahr. Das wäre jetzt alles gar kein großes Problem, wenn der dann schön als Schnee runterkommen würde und dann fürs Frühjahr bis in den frühen Sommer hinein erstmal massiv vorhanden wäre, das Schmelzwasser das ganze Land tränken würde und alle wären glücklich im Grunde. Aber leider fällt halt der ganze Niederschlag aus dem Winter nicht als Schnee, sondern meistens als Regen. Das bedeutet, die Landschaft wird zwar im Winter Wasser getränkt und das ist dann fürs Frühjahr auch verfügbar und entsprechend sämtliche Pflanzen im Wald können im Frühjahr ihren Austrieb durchführen, aber danach ist das Wasser weg und die wichtige Langzeitreserve in Form von Schnee in den Bergen, die fehlt halt eben entsprechend. Also selbst bei mehr Niederschlag, de facto wirklich einem nasseren Kalifornien als früher, hat man mehr Dürre und mehr Probleme im Sommer und mehr Waldbrand als früher, einfach weil sich der Niederschlag nicht mehr so gut übers Jahr verteilt und es zu einer ausgeprägten Nass- und einer ausgeprägten Trockenzeit kommt. Die Niederschlagsfälle im Winter können sogar so extrem werden, dass mit Hochwasserüberschwemmungen und entsprechenden Umweltkatastrophen durch zu viel Wasser durchaus zu rechnen ist und die haben zum Teil auch schon stattgefunden. Wenn Schnee fällt, dann bleibt er weniger lange liegen und es ist generell einfach weniger beziehungsweise er ist dann auch wieder schneller weg. Auf dem Puffer mit dem Schnee kann man sich also in Zukunft auf keinen Fall mehr verlassen. So, bei uns in Deutschland wird jede Menge diskutiert, ob man nicht viel mehr Totholz in Wäldern braucht, damit dieses Totholz dann, wenn es sich in der Phase des Zersetzens befindet, wenn Pilze dann rumknappern, wenn die Insekten drin wohnen und, 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 als Schwamm fungieren kann. Um, wenn es mal regnet, quasi das Wasser sehr lange im Wald zu speichern, dass da jede Menge nasses Material drin liegen kann im Wald und die Feuchtigkeit auch über wiederum heiße Tage im Sommer hinweg recht lange im Wald enthalten bleibt. Je dichter der Wald, desto mehr schwammartiges Material da rumliegt, desto mehr Humus, desto mehr Totholz, desto mehr Struktur, desto mehr Laub und Nadeln über dem Waldboden sind, desto schattiger das Ganze, desto mehr Feuchtigkeit bleibt im Wald enthalten. Das ist durchaus ein Ansatz, der von der deutschen Forstwirtschaft, gerade Forstwissenschaft auch natürlich selbstverständlich, sehr, sehr verfolgt wird. Und ich persönlich bin da auch ein großer Fan von, dass wir in diese Richtung auf jeden Fall unsere Welt aber wahrscheinlich bewirtschaften werden müssen. So, jetzt stellt man sich mal vor, diesen gleichen Ansatz würde es in Kalifornien geben und da ist dieses Bild hier, das ist ehrlich gesagt auch das Einzige, was ich gewonnen habe, aber es passt ganz gut, recht aussagekräftig, denn grundsätzlich machen das die Wälder in Kalifornien schon auch so. Es sind nämlich zum großen Teil sogenannte Nebelwälder, das ist ein ganz typisches Ökosystem, was die da haben, da ja im Sommerhalbjahr die Niederschläge weitestgehend ausbleiben, dafür aber durchaus mal gerne Nebel herrschen kann im Frühjahr, insbesondere dann und auch im Sommer immer mal wieder so einzelne Nebeltage durchaus vorkommen, ohne dass es großartig regnet, hat sich die Vegetation eben darauf eingestellt, diesen Nebel dann auch gut aufzunehmen, diesen auch aufzusaugen. Und auch hier gilt jetzt wieder, je mehr totes Holz, je mehr Struktur in den entsprechenden Wäldern rumsteht, desto besser sind die in der Lage, diesen Nebel dann aufzunehmen und das Wasser zu verwerten und obwohl es nicht regnet, eben gut durch den Sommer zu kommen und ihr Wachstum verlegen sie sowieso ins Frühjahr, aber einfach den Sommer zu überstehen, ohne zu verdursten. Letztendlich geht es darum, viel Wachstum findet da nicht statt. Deswegen sind auch durchaus die Nadelbäume, die sehr alten Arten von Nadelbäumen in den kalifornischen Wäldern so präsent, weil sie eben im Sommer ein bisschen besser geeignet sind, um längere Dürreperioden zu überstehen. Laubbäume können das im Regelfall, ja, es ist schwer zu sagen, das zu verallgemeinern, aber generell vielleicht ein bisschen weniger gut. So, also einerseits ist eben das, wenn man es verallgemeinern möchte, man kann das kalifornische Ökosystem nicht zusammenschmeißen, das ist ein Riesenland, da gibt es natürlich Unterschiede, klar. Aber trotzdem, es gibt große Teile in den kalifornischen Ökosystemen, die eben auf einen strukturreichen, totholzreichen Wald angewiesen sind, um überhaupt Wasser zu bekommen. So, gleichzeitig, wenn das Wasser ausbleibt, ja, lange ausbleibt, ist dann damit, mit dem vielen toten Holz, mit dem vielen Strukturreichtum in den Wäldern, natürlich auch jede Menge potenziell brennbares Material vorhanden. Und jetzt ist es sieben Jahre lang sehr, 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 sehr trocken gewesen. Und was nicht bereits abgebrannt ist, und es ist noch nicht alles abgebrannt, Kalifornien hat wirklich jede Menge Wald, da gibt es jetzt Wälder, die seit sieben Jahren am Austrocknen sind. Es gibt da Wälder, die seit, nach mindestens sechs dieser sieben Jahre, fast nur noch in Bodennähe, aus totem Holz bestehen, das zum Teil auch durch die hohe Wärmeentwicklung in den letzten Sommern, so sehr ausgetrocknet ist, dass man schon fast von da trocken sprechen muss. Also ein Trockenheitszustand, der in Waldökosystemen normalerweise gar nicht erreicht werden kann. Das heißt, das Zeug ist so trocken wie, und teilweise, in seltenen Ausnahmefällen, sogar noch trockener als Brennholz. Man hat mal ein bisschen in den Wäldern die Holzfeuchte, im entsprechenden Material, was da so rumliegt, gemessen. Und es ist wirklich erschreckend, da kommen wir auf Holzfeuchten um die fünf Prozent oder sowas. Das muss man normalerweise noch mal industriell trocknen, wenn man es auf das runter haben möchte. Mit einfach zum Trocknen irgendwo hinlegen, das übliche Brennholzstapelchen im Garten, das geht da gar nicht, in normalen Jahren diese Holzfeuchte zu erreichen. Also ist es ein extrem zweischneidiges Schwert. Und einerseits, wenn wir jetzt als Deutsche in die Welt rausgehen und sagen, ihr braucht strukturreichere Wälder, damit ihr mehr Feuchtigkeit im Wald haltet, ist es andererseits genau eben diese Struktur, die jetzt den Nährstoff für diese gravierenden Waldbrände eben entsprechend liefert. So gesehen wäre in Kalifornien, und das ist so die eine Sache mit der Trump, was das angeht, was er so zu den kalifornischen Waldbränden bisher so gesagt hat, nicht ganz Unrecht hat, alles andere ist natürlich völliger Schwachsinn, hätten die Kalifornier ähnlich wie Mitteleuropäer ihr totes Holz zu großen Teilen zumindest aus dem Wald geholt, was nicht möglich ist, weil sie einfach davon viel zu viel haben und ein ganz anderes forstwirtschaftliches System, das man grundsätzlich umkrempeln müsste, wenn man das wirklich tun wollen würde. Das wäre vielleicht nicht schlecht, aber nichtsdestotrotz, hätten sie das tote Holz rechtzeitig rausgeholt, dann würde da jetzt nicht so viel brennen, und wenn da nicht so viel rumliegen würde, dann wäre das Problem einfach ein ganz anderes und Waldbrände dieses Ausmaßes wären tatsächlich so nicht möglich. Also ich kann den Trump ja auf dem Tod nicht ausstehen, aber damit hat er nicht ganz Unrecht. Alles andere, was er erzählt, ist wie gesagt großer Schwachsinn. Gleichzeitig hätte man allerdings das gleiche Problem wie in Deutschland mit dem Entfernen vom toten Holz, geht auch die Schwammwirkung verloren. Also einmal die Zunderwirkung und die Schwammwirkung. Man müsste schon, ja es wäre ein Experiment, um auszuprobieren, was denn nun besser ist. Holz rausziehen oder Holz eben nicht rausziehen. Tja, kann ich auch nicht beantworten. So, jetzt ist ja das 2020 Feuer viel größer als das 2018 Feuer, was bis dahin das größte Feuer seit nahezu quasi immer gewesen ist. Wie kam es jetzt also zum 2018 Feuer? Ich hatte 2018 dazu auch schon ein entsprechendes Video gemacht. Möchte das gerne aber nochmal aufgreifen. Und was wir hier sehen, ist ein Satellitenbild eben von 2018, als die Wälder schon gebrannt haben. Wir sehen links im Bild diese weiße Front. Das ist schlicht und ergreifend das Wetter auf dem Meer. Ja, da hat es also Wolken. Dann sehen wir rechts im Bild diese graue Landschaft. Ja, das ist eben die Wüste hinter Kalifornien, also rechts von Kalifornien, wenn man so möchte. Kalifornien ist damit der einzige fruchtbare Streifen zwischen eben Meer und danach dann also quasi auch schon wieder Wüste. So, und die grauen Wolken über Kalifornien, ja, das ist tatsächlich Rauch, weil da brennt eben entsprechend der Wald und so intensiv, dass das auf einem Satellitenbild, das nahezu, naja, zumindest mal die westliche Hälfte von Nordamerika fast komplett darstellt, trotzdem wunderbar zu erkennen ist. Das heißt, die Waldbrände 2018 sind wirklich enorm gewesen. Und wie kam es zu denen? Dazu müssen wir uns jetzt nochmal erinnern, dass wir die Dürreperiode von 13 bis 17 gehabt haben. Und 17 wurde die als beendet erklärt, weil es eben im Winter 17 extreme Niederschläge gegeben hat. Wirklich massiv. Das ganze Land war Wasser getränkt bis zum Gehtnichtmehr. So, und jetzt starten wir mit dem Frühjahr 2018 in die Vegetationsperiode. Alle Holzpflanzen und sonstige Pflanzen, die in irgendeiner Form in der Lage sind, nun schnell sich anzupassen und schnell Biomasse zu machen, tun das jetzt. Weil zum ersten Mal seit vielen Jahren Dürre ist wieder reichlich Wasser vorhanden. Es sprießt also, was nur sprießen kann. Es gibt eine Grünzeugbildung sondergleichen, in einem fast noch nie dagewesenen Ausmaß. Kein Mensch kann da irgendwie gegen ankommen. Es ist nicht mehr möglich für die Feuerwehr, die Waldbekämpfungstruppen von den Amerikanern, irgendwie da noch irgendwelche Brandschutzschneisen in diese Landschaft hineinzuschlagen. Überall sprießt es bis zum Gehtnichtmehr. Gleichzeitig wird der Sommer wieder wahnsinnig trocken. Alles trocknet entsprechend aus. Die ganze frische Vegetation, die jetzt hochgekommen ist, trocknet auch aus. Und das gesamte Land ist damit quasi voll mit Brennmaterial. Dazu kommt, wie jetzt auch 2020 der Fall, noch das ganze Totholz und das ganze Material und sämtliche Baumleichen, wenn man so möchte, die eben die Dürre bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht überstanden haben. Also muss kommen, was kommen muss. Es kommt zu riesigen Waldbränden, dann im Herbst. So, zusätzlich zum Vorhandensein von jede Menge Brandmaterial in einem Ausmaß, wo man durch Menschen, Muskelkraft, dem Ganzen und selbst auch mit Bagger und Raupe und was auch immer, dem nicht mehr Herr werden kann, haben wir den zweiten großen Faktor für den klassischen kalifornischen Waldbrand. Die Brände von 2018 waren zwar extrem groß, waren aber in ihrem sonstigen Ablauf der klassische kalifornische Waldbrand, nämlich die Santa Anna Winde. Und die müssen wir noch mal kurz erklären. Wir haben ja schon festgestellt, dass rechts neben Kalifornien hinter der Bergkette eine Wüste ist. So, und da brutzelt die Sonne drauf wie Sau und dementsprechend wird es da entsprechend heiß. Zur Folge hat das, dass ein wahnsinnig warmes und heißes Luftpaket eben aufsteigt über den Wüstenregionen. Das geht mit Wind einher und dieses Luftpaket bewegt sich in Richtung Küste, kommt dabei über die Rocky Mountains und fällt dann sozusagen den Hang runter. Wenn ein Luftpaket absteigt, dann wird es im Regelfall bei gleichem Wassergehalt, wärmer und das führt dazu, dass wir einen warmen Fallwind bekommen. Das ist jetzt nur sehr lapidar erklärt und es ist wirklich meiner Meinung nach ziemlich schwer zu verstehendes Prinzip, der Föhnwind, den wir auch von den Alpen entsprechend kennen. Aber einen Föhn kann man zusammenfassend als warmen Fallwind bezeichnen und den gibt es eben als Santa Ana Winde quasi jeden Herbst. Das ist ein ganz typisches, normales Wetterphänomen. Ja, in Kalifornien, also die warmen Fallwinde, die aus der Sierra Nevada über die Rocky Mountains und runter nach Kalifornien wehen. Und hier haben wir dann noch so eine kleine Grafik dazu, wie eben dieser Wind über den Berg gehoben wird, seine Feuchtigkeit verliert, dann auf der anderen Seite runterkommt und dabei immer wärmer wird, weil er halt ja quasi Energie aufnimmt dabei, wenn man so möchte. Diese Winde sind erstens sehr stark, zweitens auch noch furztrocken, weil sie ja aus der Wüste kommen. Und drittens kommen sie genau in der Zeit, nachdem die ganze Hitzeperiode in Kalifornien vorbei ist, nämlich im kalifornischen Herbst. Und drum ist es also ganz typisch, dass da dann, weil die Vegetation am ausgetrocknetsten ist, weil die zusätzlichen brandanfachenden Winde daherkommen, dann zu diesem Zeitpunkt der Wald brennt. Deswegen habe ich auch damals, als ich über die 2018er Brände gesprochen habe, gesagt, dass diese Brände per se, jetzt nicht in ihrem Ausmaß, aber dass die passieren, relativ normal ist und dass es jetzt schwierig ist zu sagen, dass da irgendjemand was falsch gemacht hat oder woran das jetzt genau liegt, weil es die natürlichen Umstände sind, die eben standardmäßig in Kalifornien zu Waldbränden führen. Das ist 2020 diesmal aber anders. Und damit versuchen wir uns jetzt an der Rekonstruktion von dem, was bisher 2020 passiert ist und mal so ein bisschen rauszufinden versuchen, warum es jetzt zu diesen extrem extremen Bränden kommt, die wir momentan gerade erleben dürfen. Interessant ist in diesem Zusammenhang schon mal, dass es im Sommer die bisher höchste auf dem Planeten Erde gemessene Temperatur gegeben hat, und zwar eben in Kalifornien mit 54,4 Grad Celsius im Schatten. Also das hat es diesen Sommer gegeben. Das muss jetzt nun überhaupt nichts zu den Waldbränden aussagen, aber es ist schon ein bisschen bezeichnend, wie ich finde. Aber es ist jetzt nicht wissenschaftlich, dass ich jetzt diese Zahlen mit den Waldbränden in Verbindung bringe. Ja, ihr seht hier dieses interessante Bild. Das ist die Waldbrandsituation in Kalifornien 2020. Sieht, wenn man es direkt mit dem Bild von 2018 vergleicht, ja, da ist 2018 relativ lächerlich im Vergleich dazu. Das stimmt so nicht ganz. Also diese Wolke, die wir hier sehen, ist schon das Resultat der Waldbrände größtenteils. Die wird ja von unten rechts aufs Meer raufgepustet und kommt dann eben übers Meer wieder zurück ins Land. Und das ist eben das Charakteristikum von 2020, dass wir es hier jetzt erstens mal mit einem Rekordsommer zu tun hatten, also wirklich extrem trocken. Dazu, anders als 2018, kein feuchtes Frühjahr, wo besonders viel Vegetation aufgekommen ist, die dann zwar auch brennen konnte im Herbst, aber das bedeutet ja trotzdem, dass auch erst mal im Frühjahr Wasser da gewesen ist. Im Fall von 2020 hatten wir eben kaum Wasser im Frühjahr, also auch einen deutlich unterdurchschnittlichen Niederschlag entsprechend im Winter, was auch nicht normal ist und auch nicht das ist, was für die Zukunft prognostiziert wird. Und dazu eben wirklich diese große, große, große Hitze, nochmal die Langzeitauswirkungen der langen Dürreperiode 13-17 und nun eben diese Sondersituation, die nun überhaupt gar nicht typisch ist bei der Windentwicklung. Deswegen ging es auch 2020 schon viel früher mit den Waldbränden los, als eigentlich normal ist. Normal ist, ja, spätestens Ende September, Oktober, so die Hauptzeit der Brände und dann wird es langsam wieder ruhiger. Diesmal ging es ja schon im August los, September jetzt schon total voll im Gange, wenn wir Pech haben, geht es noch bis Ende Oktober weiter, ja. Und das ist eben das, was man noch abwarten muss und das bedeutet, momentan sind die Santa Anna Winde noch überhaupt nicht an dem ganzen Spektakel beteiligt. Die haben noch gar nicht eingesetzt. Möglich, dass die noch kommen und dann kommen die Winde theoretisch von beiden Seiten. Das geht aber eigentlich nicht wirklich, aber ja, das könnte dann interessant werden. Dafür bin ich dann zu wenig Meteorologe, um da jetzt noch irgendwas zu sagen zu können, aber, dass die Winde 2020 vom Meer kommen, ist definitiv eine Besonderheit, die nicht typisch für Kalifornien ist. Und das ist demzufolge jetzt auch kein normales Waldbrandverhalten, was gerade in Kalifornien passiert, nur stärker, sondern ein ganz anderes Waldbrandverhalten. So, und dafür müssen wir uns jetzt mal kurz so einen Seewind ein bisschen genauer anschauen. Das hier ist jetzt nicht das allerbeste Schema, das ich jemals zum Land Seewind gesehen habe, aber halt das Einzige, was ich urheberrechtstechnisch bekommen konnte, zum hier einblenden und auf die Schnelle, also was heißt auf die Schnelle, halt jetzt gefunden habe. So, folgendes. Wir gucken uns jetzt mal die obere Hälfte vom Diagramm an. Wir haben einmal den See beziehungsweise das Meer, ja, links, rechts haben wir das Land. Und dieser Pfeil, der da diese kreisförmige Bewegung macht, der soll so ein bisschen verdeutlichen, wo sich gerade wie warme Luft befindet. An Land, da wo der rote Bereich des Pfeils sich befindet, wie gesagt, obere Hälfte angucken, da heizt sich die Luft schneller auf über Land. Es gibt weniger Wolken über Land. Es gibt eine sich schneller aufheizende Oberfläche, nämlich das Land, als es eben ein tiefer Ozean ist, der sehr viel Temperatur aufnehmen kann, bevor er überhaupt seine Temperatur irgendwie ein bisschen verändert. Vorher wird so eine Erdoberfläche, also trockene Erdoberfläche, viel schneller, viel heißer. Dementsprechend wird auch die Luft drüber, viel schneller, viel heißer. Was macht heiße Luft? Sie steigt hoch. Das heißt, die Luft auf dem Land wird nach oben bewegt und die Luft über dem Meer, die ja eher kühl ist, weil sich das Meer ja viel weniger schnell aufheizt als das Land, zieht dann entsprechend drüber, weil sonst würde ja ein Luftloch quasi über dem Land entstehen, wo die heiße Luft aufgestiegen ist. Das passiert nicht, dann kommen von der Seite immer irgendwelchen Zuflüsse entsprechend reingeflossen ins Luftsystem. Und das ist dann die kühle Luft, die vom Meer kommt. Wir kriegen also einen Wind von Meer zu Land. Das ist dieser typische Seewind, der jetzt eben gerade auch in Kalifornien entsprechend herrscht. Die Luft an Land erheizt sich super, super schnell, insbesondere da da noch ein Feuerchen drunter weht, brennt, was sie dann noch schneller erheizen lässt. Sie steigt noch schneller auf. Der Sog der Seeluft aufs Land wird damit noch stärker, wenn die Luft noch schneller aufsteigt. Und wir kriegen einen enormen Zuzug von Luft eben von von der Küste vom Meer aufs Land. So, normalerweise, und das ist jetzt das Besondere, ist eigentlich so ein Seewind sehr feuchte Luft, weil die kommt ja vom Meer und logischerweise ist sie da feucht, weil da befindet sich sie ja die ganze Zeit im Wechselspiel mit der Wasseroberfläche und nimmt dann auch eben viele Wassermoleküle auf und ist oft sehr, ja, wassergesättigte Luft. Das Problem ist nur, die insgesamt extrem hohen Temperaturen, die in diesem System jetzt gerade am Wirken sind, führen dazu, dass wir sehr heiße Luft haben. Und Luft dehnt sich umso weiter aus, je heißer sie wird. Und das bedeutet, dass man bei heißer Luft zwischen die einzelnen Luftmoleküle viel mehr Wassermoleküle klemmen kann, wenn man sich das jetzt mal so bildlich vorstellen kann, als bei kalter Luft, wo die Luftmoleküle viel enger zusammensitzen und kaum Platz für Wasser dazwischen ist. Das heißt, eine relative Luftfeuchtigkeit von 10% bei sehr, sehr heißer Luft kann schon eine Menge Wasser sein, das in der Luft gespeichert ist. Aber das kommt da niemals raus, weil damit das Wasser überhaupt zu Tage tritt, muss die relative Luftfeuchtigkeit 100% erreichen. Und das passiert nun mal eben nicht bei so super heißer Luft, wenn es nicht zu extremen Wasseranreicherungen kommt. Und das geht nicht, weil das ganze Rotationsprinzip dieser Winde viel zu schnell verläuft, als dass die Winde, wenn sie jetzt gerade mal auf dem Meer draußen sind, großartig viel Wasser aufnehmen könnten. Das heißt, wir haben hier zwar einen Wind, der eigentlich von der See kommt und eigentlich nass sein sollte, es aber einfach nicht ist, weil die beteiligten Temperaturen einfach viel zu hoch sind. So, das ist zumindest meine, nach meinen bescheidenen Erkenntnissen, und Kenntnissen beste Erklärung, wie es zu diesen extremen Windverhältnissen da jetzt gerade entsprechend kommen kann. Der Vollständigkeit halber noch die unteren, den unteren Teil der Grafik. Der Vollständigkeit halber noch kurz zum unteren Diagramm. Normalerweise sagt man, dass das eben beschriebene Phänomen Tag stattfindet, also die obere Hälfte vom Diagramm. Und ein umgekehrter Effekt, man sieht es, der Pfeil verläuft genau andersrum, findet Nacht statt. Mit der Argumentation, dass eben sich die Luft über dem Meer, die da gerade ist, weniger schnell abkühlt als über Land, weil das Meer ja eine mehr oder weniger konstante Temperatur hat, die von der Tageszeit relativ unabhängig ist. Das Meer wird jetzt nicht in Grad kälter, nur weil kurz mal eben die Sonne untergegangen ist. Das hält seine Temperatur sehr lange. Und dementsprechend steigt die Luft über dem Meer dann auch langsam wieder auf, weil sie wärmer ist als die Luft über Land, die sich schneller abkühlt, weil über Land eben die Temperaturanpassung schneller funktioniert. Und dann haben wir also quasi die kalte Luft, die vom Land runter fließt aufs Meer. Warum tut sie das? Naja, weil sie kalt wird, dann fließt sie runter. Was ist ganz unten? Im Regelfall das Meer. Man spricht ja nicht umsonst bei Höhenmetern, Meter über Normalnull, also über dem Meeresspiegel, das ist im Regelfall der tiefste Punkt, wenige Regionen auf der Erde entsprechend ausgenommen. Ja, und da fließt sie hin, da wird sie jetzt wieder erwärmt, weil das Meer eben nachts ein bisschen wärmer ist als der Boden, sage ich jetzt mal, steigt wieder hoch, geht wieder rüber aufs Land, denn da fehlt ja jetzt die kalte Luft, die gerade aufs Meer rausgeflossen ist und so bleibt dieser Kreislauf entsprechend am Laufen. Das bedeutet jetzt also auch wieder für unser Kalifornien, dass wir einen Land, also einen Seewind auch nachts letztendlich bekommen, weil auch nachts gewisser Zirkulationsbetrieb auch wieder an Land stattfindet. Und eigentlich sollte gerade nachts dann noch ein bisschen Feuchtigkeit mitgebracht werden, aber die Temperaturen sind einfach so hoch, dass die Tatsache, dass grundsätzlich Luft vom Meer ins Land transportiert wird, super stark beschleunigt ist. Und das ist so mehr oder weniger das, was man auch zur unteren Diagrammhälfte der Vollständigkeit halber sagen muss. Und das ist alles, das muss ich auch noch dazu sagen, so ein bisschen meine Theorie jetzt, man findet noch nicht allzu viele Daten und noch nicht allzu viele richtig, richtig, richtig gute Schlussfolgerungen, warum denn die Waldbrände in Kalifornien gerade so extrem sind, wie sie sind. So, und jetzt ist die Frage, was nun tun? Natürlich gibt es Feuerwehrleute oder Feuerbekämpfer oder wie immer man die entsprechend nennen möchte in Amerika. Das hat mit der normalen, wir halten den Schlauch rein und löschen Feuerwehr ja nicht viel zu tun, was die da eben in den Wäldern machen. Das kann man ja niemals alles mit einfachen Schlauch reinhalten, lösen, sondern stattdessen muss man Gräben ziehen, gegen Feuer legen, um einfach die Vegetation schon vorher abzubrennen, bevor das große Feuer oder dann alles noch mehr außer Kontrolle gerät als beim kleinen, kontrollierten Feuer, bevor das ankommt, damit einfach nichts mehr brennbares da ist. Feuerschutzstreifen ziehen, also sprich, den ganzen Boden planieren, damit da auch ja keine Vegetation, kein brennbares, organisches Material mehr irgendwo vorhanden ist, um eben so zum Beispiel Städte vom Feuer abzuregeln, um die Ausbreitung ins nächste Waldgebiet einzudämmen. Für all sowas braucht man entsprechend Feuerwehrleute, ich nenne sie jetzt trotzdem einfach mal so und davon sind momentan im Einsatz, ich glaube 14.000 irgendwie sowas. Das klingt jetzt erstmal viel, ist es aber nicht. Das Dreifache, Vierfache oder Fünffache wäre hilfreich, ist aber nicht vorhanden, was daran liegt, dass derzeit es auch noch in anderen Ecken von Amerika brennt und demzufolge ist es einfach nicht möglich, sämtliche amerikanischen Feuerwehrleute in einem Bundesstaat zu vereinen und dort dann mit maximaler Personalstärke zuständig zu sein. Normalerweise macht man das nämlich gerade in Kalifornien genau so, weil da brennt es ja nur im Herbst, bei den anderen Bundesstaaten, wenn es da mal brennt, brennt es meistens eher im Sommer und dadurch ist das zeitlich versetzt. Aber jetzt brennt es ja auch schon im Sommer, eben auch schon in Kalifornien. Dadurch hat niemand gerade die volle Stärke an möglichen Einsatzkräften zur Verfügung. Es fehlt also an Personal und dieser Personalmangel, der könnte ein weiterer Faktor sein, neben eben diesen seltsamen Windsituationen und der generell einfach gigantischen Hitze, die dieses Jahr in Kalifornien geherrscht hat und den Langzeitauswirkungen der ständigen Dürre und dem Winter, durch den es fast nicht gab. Deswegen ist eben an Regen beziehungsweise an Schneeniederschlag und dementsprechend an Schneeschmelzwasser gefehlt hat. Das sind alles so Faktoren, die alle zusammenkommen, aber die menschliche Komponente hinsichtlich der fehlenden Kapazitäten zum Löschen spielt auch nochmal eine Rolle. Jetzt sehen wir hier bereits dieses Bild. Dieses Bild ist irgendwas von San Francisco, irgendwas auch immer wie die Heißbrücke. Jedenfalls das Ganze ist entstanden um 12 Uhr mittags. So sieht es aus, wenn man eben unter der gewaltigen Rauchwolke hockt, dieser extremen Waldbrände, die wirklich gigantisch sind. Also man kann nur nochmal, ich könnte euch jetzt irgendwelche Zahlen noch aus dem Internet raussuchen, aber das hilft uns nicht wirklich weiter, da kann man sich eh nichts wirklich drunter vorstellen. Gigantisch trifft es, denke ich, ganz gut. Ich überlege mal kurz, was ich noch vergessen habe. Ja, und da ist es mir auch schon eingefallen, natürlich wird die Gesamtsituation zwar einerseits durch fehlende Menschen bei der Brandbekämpfung verstärkt, andererseits aber auch durch das Vorhandensein von Menschen und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr den Klimawandel. Selbstverständlich ist der hier der Elefant im Raum, den ich gar nicht groß ansprechen möchte, einfach weil wir genügend andere Sachen haben, die wir anquatschen können, aber na klar, klar, der ist der Elefant im Raum, selbstverständlich. Nichtsdestotrotz, der nächste wesentliche Faktor, der Mensch gemacht ist und hier eine große Rolle spielt, ist nochmal der Wasserverbrauch der Landwirtschaft, der einfach dazu führt, dass je mehr wir in die Waldgebiete Kaliforniens kommen, die ja eigentlich dann von den großen Flüssen auch profitieren sollten, desto mehr ist der Einfluss der davor gelagerten Farmen hier spürbar, die eben schon jede Menge Wasser für ihre Landwirtschaft entnommen haben und das müssen sie ja auch, Landwirtschaft ist logischerweise erforderlich, um eben die Menschenmengen, die in Kalifornien und den Rest der USA und so weiter und so fort leben, entsprechend ernähren zu wollen und dass man das will, kann man ja niemandem wirklich übel nehmen, das heißt, die enormen Wassermengen, die die Landwirtschaft verbraucht, die bisher aber auch eigentlich im Großen und Ganzen da gewesen sind, die werden jetzt mehr und mehr zum Problem und der Ami mit größer, 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 höher, weiter, hat da natürlich von seiner reinen Wirtschaftsweise und der Art und Weise, wie die amerikanischen Farmen ausgelegt sind, jetzt ein Problem. Da gab es viele Demonstrationen, viel Gemecker an eben die Beschlüsse zum Wassersparen, die Kalifornien erlassen hat, vielleicht begreift der ein oder andere, dass es möglicherweise notwendig sein könnte, im einen oder anderen Jahr sich daran zu halten, aber ja, alles Weitere ist jetzt super schwierig von Deutschland aus zu beurteilen, man müsste dann noch ein bisschen mehr mit Kalifornien auskennen, ich war da nie, das Ganze, was ich jetzt erzähle, basiert also auf Erzählungen, die ich von Leuten kenne, die da gewesen sind und ansonsten ganz viel Büchern und jede Menge Internet. Insbesondere vieles von dem, was ihr jetzt hier an Bildern gesehen habt, also nahezu alles findet sich auf Wikipedia beziehungsweise Wikimedia Commons und da kann man auch ganz, ganz viel nachlesen von dem, was ich hier jetzt eben auch entsprechend verwertet habe, die Zahlen, die Daten, aber zu den Hintergründen vielleicht nicht ganz so viel wie das, was ich hier jetzt wiederum erzählt habe. Gut, dann will ich an der Stelle schließen. Ich hoffe, das war so halbwegs interessant, die Art und Weise dieses Videos jetzt mal in Podcastform mit ein paar wenigen, es sind ja nicht viele Bilder, die, die es gegeben hat, sind zwar wichtig, aber viele sind es nicht. Ich hoffe, das war mal in Ordnung zwischendurch. Keine Sorge, das gibt es nicht jedes Mal. Das ist jetzt einfach den Umständen geschuldet, dass ich das heute mal so gemacht habe. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören, in diesem Fall ja wirklich vor allen Dingen Hören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und zündet nicht den Wald an. Tschüss.